Nee, hab ich nicht gehört. Okay, hier sind nur Klaunaten. Ja, was heißt nur? Klaunaten sind schon ziemlich wichtig. Coole Sachen. Auf alle Fälle. So gut. Äh, ja. Ja, was soll ich eigentlich gerade sagen? Ja, egal, sag ich gleich. Erstmal kenne ich hier den Typen. So, hier liegt gar nichts, okay. Hier fliechen. Von... Ja, das Ding ist ziemlich tödend. Ja, gutes Wort, tödend. So, die kommt auch so drauf, denn dieser Strich, wenn man da drauf tötet, äh, ja, dann hat man halt verschissen. Okay, dann... Eigentlich bin ich nur hingegangen mit dem Medi-Pack und dem Jisai. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Äh, ja. Ja, war ja klar. Ja, komm. Ja, wenn ich hier runterrutsche, dann hat man keine Chance mehr, ähm, und ein anderes Siegel zu holen. Dafür sind die, äh, irgendwie klar... ... ausgegangen. Aber ich bin natürlich nicht so blöd. Und deswegen gehe ich wieder zurück. So, hier kriegen wir da natürlich am besten. Da geht die Stelle schon ziemlich assig gemacht, und ich hab glaub gemerkt, scheiße, man. Den Kristall durfte ich gar nicht holen. Verdammte Scheiße. Hier kommen wir nämlich nicht mehr hohe Fackler. Das ist eigentlich selber verarscht hier. Komm, vielleicht kriegst du hin. Und wer netter bringt, ist auch... Ja, weiter. Kann ich jetzt vielleicht noch hoch? Bitte, bitte, bitte. Ja, okay, ich höre, sehr klar, aber... ... der Rest? Ja, okay, komm, das passt doch nicht. Ja, egal, eigentlich wollte ich zurück und diese Leiter da, äh, wieder klettern. Ja, das ist so scheißegal. Ich hab trotzdem noch einen anderen Fack gefunden. Auch wenn er nicht beklangt war jetzt. Egal. So, auf jeden Fall auf alle Fälle hier. Ja, komm. So, hier. Hier liegt da rechts. Moment. Ja, okay. Hier oben. Hier in dem Versikel, das man eigentlich vergessen sollte. Laut dem Entwickler. Also, ich vermute, dass man... Also, andere Erklärung kann ich mir das jetzt... Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Okay, gut. Das war extra. Denn hier ist noch so ein Ding. Okay. Okay. Irgendwie konnte man da runter. Ich speichere mal einfach so und probiere es einfach mal aus. Boah, ich dachte, ich hab auf Label gedrückt, ey. Das wär's noch. Okay, das war ganz scheiße. Nee. Kann das. Irgendwo gab's die Stelle, wo man drunter kann. Das weiß ich noch. Ganz genau. Ich bin ans Wunder gelaufen. So vielleicht. Nee, auch nicht. Hm. Egal, müsst ihr mal ausprobieren. Oder auch im letzten. Ist scheißegal, aber... Auf alle Fälle... Kann man mal runter. So, gut. Das kürzt mir ein bisschen ab. Das ist ja ne kleine Stelle. Ab welche rein spielen. So. Ah, komm. So. Okay. Hier habe ich zurück. Und so. So. Witterstoßen. Oh, okay. So. So. Da kommt immer hoch. So. Mit Anlauf. Boah, die Musik ist schon geil. Muss ich noch zugeben. Okay. So. Ja, klar. Jetzt leckt es ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich mache einfach mal einen Schnitt bis gleich. So, Leute. Weiter geht's, es leckt immer noch die Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's wohl wieder ein bisschen. Oh, Gott. Na, egal. Kann wohl sein, weil ich gerade im Video drin hatte. Aber egal. So, weiter geht's. Jetzt haben wir drei davon. Von den, äh, ja, roten Dingern. Okay. Okay, weiter geht's. So. So, jetzt habe ich schon 30 Sekunden, aber ich habe noch genau eins in Erinnerung. Vielleicht ihr schon, ihr auch. So, gestern. Okay. So, hier liegt noch ein Medi-Pack. So, jetzt gibt es kein Zerrück mehr. Äh. Jo. Es geht gleich voll ab mit dem Appen. Hohoho. Jo. Wohohohohoho, das geht ja gar nicht. Ne, das... Oh, geht mir nicht. So, hier ist glaube ich gar nichts. Ne. Okay, aber im anderen Haus ist noch eine Granate drin. Äh, äh, Rakete drin. Jetzt habe ich hierzu, äh, oder 14. Ich glaube, 14 sogar. Nein. Oh Gott, ich will den auch nicht nehmen. Oh mein Himmel so, viel zu heftig für mich. Nein. Werde ich wohl später noch gebrochen. Hoffe ich mal. So, gehen wir mal schnell zu den Pistolen. Ohohoho, das ist schneller. Alter. Gestern. So. Äh, ja, ich habe die Musiker, das ist leiser gemacht. Boah, übel, ey, das ist aber trotzdem noch so alt. Scheiße. Äh, egal. In irgendeiner Hütte, da, die versucht euch zu verarschen. Na ja, wenn ich es kurz erwähnt, ich will da. Ja, hier aus Medipack, das ist unnötig zu holen. Also wenn ihr es wisst, ne? Dann schreibt mal, wie ich das machen soll. Ich habe irgendwo auch keinen Plan, wie man das machen soll. Auf jeden Fall geht mal da runter. Äh, ne. Noch nicht hier dran. Aber das, die Scheiße kann man schon machen. Hier kommen ganz viele von den Idioten. Von denen. Äh, schaust, passt das? Äh, nein. Sieh die Waffe. So. Okay, jetzt müssen wir gegenüber. Hier ist auch noch ein Raum. So. So. Der gibt natürlich keinen Ton von, von sich. Egal. Hier kommt noch einer. Ja, klar, der braucht drei Schüsse oder was. Junge, ey, es leckt aber übel. Was geht denn hier? Ist ja wahr. Hier kommt noch ein paar Schüsse oder was geht denn hier? Ja, was geht denn mit denen? Man muss ziemlich nah an die herangehen, sonst sterben die nicht nach zwei Schüssen. Okay. Äh. Ja.